Ich bin Jean-Steffen und bin ein Partner bei BSP in der Corporate Mergers & Acquisitions & Private Equity Department. So wie die große Mehrzahl der Luxemburger spreche auch ich Deutsch und ich leite zusammen mit anderen deutschsprachigen Partnern das German Desk bei BSP. Dieses German Desk berät deutsche Kunden in spezifischen Rechtsbereichen wie zum Beispiel Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, Mergers & Acquisitions, aber auch arbeitsrechtlich können wir unsere Kunden begleiten. Es gibt sehr große Beziehungen zwischen Deutschland und Luxemburg, insbesondere auf der Handelsseite, aber auch im kulturellen Bereich gibt es eine große Zusammenarbeit. Luxemburg und Deutschland teilen sich ja im Übrigen auch eine große Landesgrenze und so ist es kein Wunder, dass Luxemburg einen sehr großen Teil seiner gesamten Importe aus Deutschland bezieht. Umgekehrt exportiert auch Luxemburg verschiedene Produkte, beispielsweise Stahlprodukte, aber auch Dienstleistungen nach Deutschland. In diesem Bereich muss man sagen, dass in Luxemburg eine große Anzahl von deutschen Banken sich niedergelassen haben und Deutsche, wie aber auch andere ausländische Kunden bedienen. Es gibt also sehr sehr große Handelsbeziehungen, interessante Synergien zwischen Luxemburg und Deutschland, die man pflegen und weiter ausbauen sollte und weiterhin auf ein freundschaftliches, nachbarschaftliches Verhältnis setzen.